Hallo, ich heiße Petro Jadjusko. Ich komme aus der Ukraine und wohne in Keravagrade. Das ist eine Stadt im Zentrum der Ukraine. Ich bin 19 Jahre alt. Ich bin lustig und freundlich. Darum habe ich viele Freunde. Wir verbringen die Freizeit oft zusammen. Ich studiere an der Keravagradia Pflügerakademie, der Nationalen Pflügeruniversität. Ich interessiere mich auf Flügergeschichte Europas für Musik und Sport. Ich spiele gern Fußball. Mir gefällt die Werke für Götter und Schiller. Ich möchte nach Deutschland fahren, um dieses Land zu sehen und neue Freunde zu bekommen. Ich möchte auch als Hau-Frame in einem oder im Geschäft oder im Park arbeiten. Andere Arbeit ist auch möglich. Danke. Ich warte auf Ihre Fragen.